Ciao zusammen, ich bin Markus Zigner, zusammen mit dem Mattu, und das ist ein Feinstück Emitaler AOP. Markus, sag bitte das wegen den Tickets. Also, gut. Gut, ich gehe und kaufe das Feinstück Emitaler AOP und gewinne Tickets für das grosse Schwingfest. Tiptop, das geht ja. Bist du eigentlich auch dabei? Nein, nicht mehr. Nicht mehr. Schade? Na gut, dann gehe ich nicht.